Dieses Gesetz, das baut einen wahnsinnigen Druck auf, auf die Kliniken, einen wirtschaftlichen Druck, aber Druck haben wir schon gewöhnt, Herr Professor Isenmann, für diese klare Anzahlung. Deutschland pro Jahrzehnt um 2,5 Jahre gestiegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass man eben die medizinische Qualität, die medizinische Technik verbessert hat. Man kann heutzutage Tumorerkrankungen deutlich besser behandeln.